Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute sind wir in Wendigerode. Viel Spaß! So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss von Wendigerode. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg in die Altstadt. So, wir sind jetzt wieder zurück auf dem Weg zum Parkplatz. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.